Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dark Parabits 16, das Porträt der befleckten Prinzessin und wir gehen jetzt direkt wieder in den Geheimhang rein. Der Prinz von Esadea bat um die Hand der Prinzessin. Der König wollte nicht, dass er die Prinzessin heiratete. Niemand würde seine Tochter einen Prinzen des Reiches der Prinzessin geben wollen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ab geht's in den Glockenturm, da waren wir nämlich noch gar nicht. Die hässliche Prinzessin Es war einmal ein König, der hatte eine Tochter. Das kleine Mädchen war entzückend und charmant. Sie wurde eine anmutige und attraktive Prinzessin. Eines Tages kamen Boten aus einem König rechte Dunkelheit und fragten nach der Hand der Prinzessin für ihren Prinzen. Dieses Reich der Finsternis war nicht sehr bekannt. Die Legende besagt, dass es ein Reich am Ende der Welt ist, das mit den Welten des Räume und des Todes verbunden ist. Es ist ein mysteriöses Reich, das von der Außenstehenden nicht gefunden werden kann. Wer wäre bereit, seine Tochter einen Prinzen eines deutschen Ortes zu verheiraten? Aber der König befürchtete, wenn er den Heiratsantrag ablehnte, könnte er den Herrscher dieses schrecklichen Königreichs verärgern. Der König dachte, dass der Prinz der Prinzessin nur wegen ihrer Schönheit einen Antrag machte. Der König hatte also einen Platz. Er bat einem Maler, ein Porträt der Prinzessin zu malen, dieses jedoch mit Farbflecken zu verunstalten. Der König schickte den Boten mit dem zerstörten Porträt mit der Geschichte zurück, dass das Gesicht der Prinzessin bei einem Unfall entstellt worden war, was sie hässlich machte. Der Prinz liebte das Herz der Prinzessin jedoch mehr als alles andere. Der Prinz erinnerte sich noch an die Prinzessin, die, als er noch ein Junge war, Licht in seine dunkle Welt gebracht hatte. Er wollte sie immer noch heiraten. Der Prinz gab vor, ein blinder Geiger zu sein und trat vor der König und die Prinzessin, um ihre Hand anzuhalten. Als er die Prinzessin sah, wusste der Prinz, dass er betrogen worden war. Obwohl die Prinzessin nichts von dem Trick wusste, erinnerte sie sich nicht an den Prinzen oder an ihren Versprechen an ihn. Der Prinz nahm das zerstörte Porträt heraus, das er vom König erhalten hatte. Er verfluchte die Prinzessin und versiegelte sie in dem hässlichen Porträt für ihren Verrat. Die Prinzessin war in dem zerstörten Porträt gefangen. Für sie hörte der Lauf der Zeit auf. Sie konnte nur im Mondlicht zum Leben erweckt werden. Die Farbflecken auf ihrem Gesicht verblassten nie. Genau wie der König gesagt hatte, wurde die Prinzessin entstellt und hässlich. Die Prinzessin entstellt und hässlich. Kein Schaden wird dir zustoßen. Ich werde dich beschützen, bis du dich an deine verlorene Kindheitserinnerung und das Versprechen erinnerst, dass du die mir gegeben hast. Okay, was für ein Freak. Mit dem Porträt fällt ein Teil. Füge das Porträt wieder zusammen. Vad Du? Ja, wir konnten die Parang-Pfelden nachdenken, was für ein Einwanderung aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So ein Spiegelfragment. Okay, ist jetzt Platzhalter. Kapitel 8 Spielur. So ein Spiegelfragment. So ein Spiegelfragment. Vielen Dank. Okay, jetzt fehlen uns noch ein paar Teilchen. So, eins haben wir schon mal. Noch zwei, eins. Das war aber schon gemein versteckt. Gut, ich wollte gucken, ob wir hier die... was wir hier machen können. Wie können wir dem nicht helfen? So, eine Spieluhr und eine Eule. Okay, der ganze Brunnel ist leer. Oh, ähm... Ah, okay. Okay, um... So... 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 Vielen Dank. So, das sehe ich einmal, hier ist ein großes zweimal. Den Hirsch sehe ich einmal. Ach, nicht den Hirsch. Das sehe ich einmal, das sehe ich 1, 2, 3 mal, 4 mal, 2, 3, 4 mal. Also hier 1, 2, 3, 4, ich gehe mal davon aus, dass es auch so ein Fisch sein soll. Anker sehe ich 1, 2. Okay, das ist gar nichts von denen. Ah, Anker sehe ich 3. Genau. So, ein Anker, zwei Anker. Jetzt sehen auch die Sachen da drunter. Drei Anker. Ja, habe ich hier. Drei Anker. Drei Anker. Und da ist noch ein Fisch. Da ist noch so ein Ding. Ja. Hier ist da von sich echt nur ein. Da ist auch noch so ein Fisch. Also fünf. Davon sehe ich einen hier. Hier von sich auch nur einen hier. Weil hier ist das da und hier ist dann halt das Große. Und hier ist auch ein Fisch. Also ein Fisch, zwei Fisch, drei Fisch. Drei, drei, vier, fünf Fische. Fünf Fische habe ich. Eins, zwei, drei. Genau, und eins, zwei, drei Anker haben wir. Und eins, eins. Aber das hier stimmen nicht. Mach das mal zwei, vielleicht ist das da hier auch nochmal so ein Ding. Weil das hier sieht aus wie so ein Stück Hinterteil ist hier. Davon, ja. Scheint ja aber nichts mehr drunter zu sein. Hmm. Hier ist nochmal so ein Kreuz, Zwei Kreuz, Dingsbums, drei Kreuz, Dingsbums. Also drei. Davon habe ich jetzt zwei, wegen hier und da. Davon habe ich jetzt einen. Fischer. Anker haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Anker haben wir eins, zwei, drei. Okay, ich musste eins höher setzen. Gut, das ging jetzt so schnell. Gut, dann gehen wir jetzt da rein. Aber umschauen, tun wir uns erst in der nächsten Folge. Vielen Dank für's Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge.